da ist er nun der abverkauf der dax ordentlich auf dem weg nach unten na gut wollen wir es mal in der großen relation noch nicht übertreiben aber für viele die ganz kurzfristig unterwegs sind ist das schon eine starke bewegung wir sehen dass wir heute eigentlich nur nach unten gegangen sind mehr oder weniger wir haben schon mit dem gap aufgemacht dann anschließend noch mal schub nach unten jetzt erst im laufe der nachmittagsstunden nach den daten 14 30 wenigstens ein bisschen erholung zumindest mal im deutschen markt das ganze schon mal positiv aufgefasst was ist da an informationen gab was gab es denn an informationen das schauen wir uns mal schnell an hier und zwar um 14 30 gab es die initial dropless claims weniger schlimm ausgefallen als man es vermutet hat also etwas weniger neue arbeitslosen anträge und der philadelphia fettindex ein gutes stück besser als erwartet und das ist jetzt das eigenartige einige sagen ja wenn die daten schlecht sind ist das ein ganz gutes zeichen denn das bedeutet dass die fett jetzt darauf reagiert wenn die daten schlechter sind ist es vielleicht naja ihr seht schon es ist also ein bisschen hin und her argumentiert ob die fett darauf reagiert oder eben nicht typischerweise würde man sagen aber wenn die rezession droht dann reagiert die fette die hat allerdings ja schon angedeutet dass sie nicht wirklich lust hat im moment was für die börse zu tun sprich die zinsen zu senken sondern weiterhin auf zinserhöhung aus ist und auch die fünf prozent ein thema sind so für mich sind allerdings die daten normalerweise kein thema sondern die reaktion der marktteilnehmer gehen wir also zurück zum chart aktuell ganz klar die abwärtsseite und es ist realistisch das was wir jetzt hier sehen noch kein beweis aber realistisch dass vielleicht sogar dieses szenario hier kommt also dass wir jetzt irgendwo hier in die mitte rein laufen wie wir das ja schon vielfach besprochen haben halte ich für realistisch wie geht man jetzt damit um naja idealerweise gucke ich immer wenn es dann wackelige korrektur bewegung nach oben gibt wir hatten hier sicherlich schon mal so einen ersten teil ich würde hier fast eher sagen dass wir hier in der vierten welle drin sind das ist so dieses klassische dieses fünffällige verhaltensmuster das werden wir mal sehen ob man das hier auch so deutlich sieht nur wenn er hier in die mitte rein läuft mit dieser korrektur die jetzt hier vielleicht ansteht mit dieser gegenbewegung naja gut dann geht es halt trotzdem weiter nach unten also dabei spielt das alles gar keine rolle die richtung bliebe die gleiche und zwar nach unten ausschließlich wenn der markt jetzt aber alles in versehen war nur ein test wollte mal gucken ob ihr noch wach seid dann und jetzt so darauf reagiert also die marktteilnehmer jetzt einfach wieder kaufen und sagen ach wir waren uns da nicht so ganz sicher dann wäre das natürlich wieder ein long zeichen also ihr seht es hängt jetzt sehr davon ab wie diese bewegung ist die alleine reicht aber nicht aus auch wie die nächste gegenbewegung wieder ist das sind die beiden anzeichen die relevant sind um dann gegebenenfalls long in diesem bild dann rein zu gehen oder eben dann doch noch mal zu shorten wenn der kurs dann hier entsprechend wackelig hoch kommt an der stelle dann die abwärtsseite wieder zu fahren ich halte die abwärtsseite im moment für die realistischere realistischere aber auf meine meinung kommt es nicht so sehr darauf an wir werden es sehen ob das korrektiv ist und dann entsprechend triggert diese richtung ist dann entsprechend zu handeln und das ist natürlich sehr stark in abhängigkeit von dem was amerika macht amerika kommt eben deutlich runter wir haben hier immer noch die zielbox die wir quasi unverändert jetzt hier quasi drin haben so mehr oder weniger unverändert so kleinigkeiten je nachdem wie hoch es hier noch gestiegen ist die idee dahinter ist eben dass wir hier den ersten teil des anstiegs haben und das was wir hier vorne haben da hinten noch mal passiert also das könnte sich jetzt materialisieren also wir müssen damit rechnen 32.000 beim jones würde mich zumindest mal nicht besonders wundern wenn der markt das wirklich ausreizen will ja soll man also jetzt noch shorten ich bin gefragt worden hier ist das ein guter trigger hier an der stelle ich mache das mal groß hier an der oder wo wäre denn der trigger um short zu gehen naja das hängt natürlich von der zeitebene ab wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen wenn das jetzt hier dreiwellig ist dann sind das natürlich hier ist ein trigger das war zum beispiel etwas über wir gestern gesprochen haben hier theoretisch auch im kleineren das war allerdings jetzt nichts was das haben wir nicht darüber gesprochen ich glaube das war auch zu einer unzeit mitten in der nacht ich bin mir nicht ganz sicher aber letztlich solche verhaltensmuster sind eben die möglichkeit auf der short seite noch mal einzusteigen entweder hier oben irgendwo theoretisch auch hier nur dieser einstieg das ist das tief vom fünften ist es vierte januar vierte fünfte januar das tief ist für mich kein guter einstieg für die short seite und zwar alleine auf dem aufgrund des chance risiko verhältnisses von der logik gefällt ja mehr super aber das preis leistungs verhältnis stimmt in dem fall nicht das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen ihr seht wenn das produkt es hervorragend es funktioniert es macht das was es soll es sieht schick aus dann stellt ihr aber fest ja es kostet aber keine weiß ich was 500.000 keine ahnung so also viel zu viel dann sagt ihr geiles produkt ist immer noch gut aber es lohnt sich nicht es zu kaufen für den preis sprich hier noch zu shorten macht für egal wie gut das ding ist dann wiederum keinen sinn weil die preis leistung dann nicht mehr stimmt spricht das chance risiko verhältnis also preis leistung könnte man so ein bisschen wie chance risiko verhältnis interpretieren um es mal so auf eine weltliche ebene zu heben wenn ich das mal so sagen darf aber wir haben natürlich die chance dass diese abwärtsbewegungen die wir jetzt hier haben früher oder später in sich noch mal einen kleinen hier eine korrektur macht und da sind wir genau wieder bei der gleichen argumentation wie beim dax wenn der kurs hier eine starke bewegung gemacht hat hat er erste bedingungen erfüllt als nächstes eine andere richtung einschlägt die muss dann ja offensichtlich nach oben sein sonst wäre es ja die gleiche richtung also wenn was nach oben geht diese allerdings dreiwellig oder mehrfach hin und her mit kursüberschneidung ist dann wären das die zwischentiefs also wir vereinfachen immer letzte hoch vorletzte hoch und dann diese bruchmarke quasi die möglichkeit rein zu kommen mit den gleichen zielen die wir vorher hatten nämlich das was wir hier hatten als entfernung dann hier nochmal sprich nach wie vor dann das was ich eben angesprochen hat so circa die 32.000 es kann ein bisschen weniger sein kann aber auch noch ein bisschen mehr sein dass wir aber die erwartungshaltung sprich für all diejenigen die im größeren bild die werden jetzt paar tage oder viele stunden warten müssen bis wir diese größenordnung der korrektur haben für all diejenigen die jetzt intraday unterwegs sind die können natürlich gucken ob wir hier irgendwas bekommen so jetzt wir bekommen ja hier gerade was dann machen wir doch mal hier den schnell check ist das jetzt schön wackelig hoch wir gucken uns die bewegung mal ein bisschen genauer an von hier nach da ist das wackelig wir hatten von da eine gegenbewegung wir hatten hier eine gegenbewegung die sind nicht doch so gerade eben überschneidend aber wenn ich ehrlich bin das habe ich sogar falsch abgelesen denn dieses hoch ist vor dem tief passiert also das wäre das hoch hier da muss man schon pingelig gehen wir mal auf minuten chart dann seht ihr mal wie wir das dann auch auseinander klamüsern wenn wir solche sachen sehen wollen also da seht ihr das tief dann hatten wir hier eine pause und hier eine pause sind mal die größten beiden pausen die man so vergleichen kann die sind überlappungsfrei also diese strecke von hier nach hier ist aus meiner sicht impulsiv und nicht korrektiv während hingegen diese strecke von hier nach da wenn ich die vergleiche eher eigentlich entweder dreiwellig aussieht also korrektiv oder von mir aus wenn ihr sagt nee ich hätte das jetzt so gezeichnet ja dann zeichnet das doch so dann ist es aber überlappend also korrektiv das heißt im moment würde ich im minuten schade ist jetzt mehr eine übung bis ihr das video guckt ist diese situation sowieso wahrscheinlich schon rum aber so könnt ihr sehen so klamüsern wir auseinander ist das denn jetzt wirklich korrektiv oder ist es nicht korrektiv und hier ist die aufwärtsseite die stärkere die abwärtsseite die schwächere ich würde also hier sogar sagen und es geht sogar noch mal ein bisschen weiter nach oben das wiederum stört mich allerdings gar nicht in der überlegung ich wollte doch short gehen eigentlich denn wenn wir jetzt hier an dieser stelle ein 3 wähler zum beispiel nach oben bekommen und hier noch mal triggern nach unten haben wir eventuell noch mal die chance hier entsprechend auf der short seite einzusteigen ihr seht also wenn ihr so aber hier will ich so lange so warten ich wollte eigentlich mein schuldiger ich hatte heute damit auch noch vor ein bisschen aktiv zu werden ihr seht dieses verhaltensmuster diese problematik die habt ihr auf allen möglichen zeitebenen achtet ein bisschen darauf wie sauber das ist wenn ihr sagt das gefällt mir nicht so sehr finger weg lass die finger weg mache ich auch so entweder sieht richtig schön aus dass man sagt so kommt ins lehrbuch wenn es nicht so gut aussieht dann sage ich mir dann lieber nicht dann ist auch die verwechslungsgefahr größer und selbst wenn ihr inzwischen profi seid diese situation zu erkennen andere werden sich dann schwerer damit tun und die brauchen wir ja auch wir wollen ja dass die anderen mit kaufen dass der kurs nach oben geht so also so hatte ich so ein bisschen eine idee was hier meine erwartungshaltung abwärts ist meine erwartungshaltung in der hoffnung zwischendurch noch mal ein bisschen bullische segmente zu also intra wellen mäßige bullische segmente zu kriegen also kurzfristige longs die und anschließend wenn dann wieder diese abc oder wie es hier gezeichnet habe wackerlich bewegung nach unten dann hier also nicht das sondern dass hier nach unten getriggert wird dann noch mal die short seite und das ist natürlich nichts außergewöhnliches was nur beim dow jones funktioniert ihr könnt schon erahnen beim s&p 500 sieht das natürlich im groben genauso aus eine wunderschöne steile abwärtsbewegung ja wir freuen uns alle drauf wenn er jetzt mal ein bisschen korrektiv nach oben käme ob er korrektiv ist das kann ich euch nicht vorhersagen die vermutung ist groß dass es korrektiv sein wird aber die handel ich ja sowieso nicht oder wenn dann nur intern ihr denkt dran wieso intern naja wenn die so macht so macht so dann ist das eine dreiwelle ist das also korrektiv kann ich aber dieses teilstück intern handeln also zwischendurch ich würde sagen jetzt im moment warte ich so ein bisschen auf kleine long gelegenheiten für intra naja innerhalb der bewegung sozusagen intra day möglicherweise kann man sagen das könnte vielleicht auch intra day hier werden aber im kleineren und dann wenn er diese korrektur hier eben tatsächlich gemacht hat ihr seht das ist nahezu das gleiche die erwartungshaltung weiter nach unten und auch hier die ziele deutlich noch ein stück tiefer wenn ich das mal hier so anlege also ihr seht ich habe ich schmiere das jetzt mal so hin aber ihr seht dass man auf eine relativ einfache art und weise sich einen relativ guten überblick verschaffen kann ja was wird denn hier gespielt gerade und dieses szenario halte ich für das sinnvollste und insbesondere wenn wir diese hochs hier noch durchstoßen dann ist also auch der letzte der hier vielleicht noch hofft mensch rüdiger ist das aber vielleicht noch nicht überschneidend spätestens wenn wir hier noch durchgehen merkt euch die hoch 27 dezember dritte januar sowas in richtung wenn wir also noch ein bisschen weiter fallen da sehe ich also schon jetzt eine gewisse chance für eine unterstützung auf diesem niveau ungefähr bei 3000 sagen wir 3900 in etwa im future allerdings nicht im index sondern im future das ist ein bisschen abweichend aber auf dieser marke sehe ich eine gewisse unterstützung vielleicht genau passend für diese korrektur die wir jetzt ja hier erwarten wenn er dann allerdings da durchgeht dann sehen wir ziele bei 3600 50 3600 und ich sage mal so wenn wir so weit runter gehen dann fällt auch das tief was wir im letzten herbst hatten oktober hier dann gehen wir auch noch mal da drunter 3500 dürfte dann ebenfalls fallen und ich erzähle euch nichts neues das wäre dann einigermaßen analog beim nasdaq dass dann eben die 10.500 in etwa da noch mal fällt oder ein bisschen drunter sogar die marke die schnelle geschwindigkeit hier für intraday ist die gleiche die erwartungshaltung und der umgang damit entsprechend so jetzt hoffe ich dass ihr damit was anfangen könnt dass ihr nicht in sorge oder in panik geratet um himmelswillen schlimme bewegung nö die bewegung per se ist wunderbar sie ist so wie solche bewegungen aussehen nutzt sie wenn ihr sagt das finde ich aber doof weil ich wollte eigentlich dass es hoch geht als trader solltet ihr keine idee haben ich will dass es hoch geht sondern einfach immer mitmachen was gerade passiert ja das ist so ein bisschen auf der tanzfläche wenn ihr jetzt sagt ich finde aber jetzt walzer gut na gut das werden die jüngeren gar nicht mehr kennen und es wird ein cha 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 gespielt dann ist das natürlich blöd wenn man dann sagt ich ziehe mein ding durch ja einfach immer mitmachen was passiert und die analogie ist gar nicht so schlecht wenn ihr im radio ein lied hört ihr wüsst im vorhinein nicht was das lied ist aber wenn die ersten paar takte gespielt werdet erkennt ihr da kann ich mit pfeifen oder mit tanzen oder was weiß ich was ihr wüsst ich habe immer komische beispiele aber vielleicht ist dem einen oder anderen das eine hilfe so jetzt toi 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 euch erstmal alles gute viel erfolg bei eurer umsetzung für welchen zeitrahmen ihr euch auch immer entscheidet bis zum nächsten beitrag ciao ciao